Musik Ich soll mich anstrengen, wenn die Maps immer besser werden. Naja, du magst sie doch, oder nicht? Im Originalspiel. Vielleicht ist es schon so rot. Äh, ich glaube es ist... Es ist der Kettensägen, Johnny. Aber der Will-Billy. Der war nämlich erstmal beim Helikopter. Können wir den so lang und laut? Wenn er bei dir in der Nähe ist. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also der Helikopter ist ganz woanders. Wir sind in der Hauptstadt. Aber wenn er sägt, dann hörst du ihn ja, glaube ich, mehr breit, ne? Ja, okay. Okay, er kommt. Hildegard, renn. Hildi, gib stopp. Die Map kann gut und auch schlecht für ihn sein. Ja, das stimmt. Okay, sie rennt humpelnd weg. Scheiße. Der hat ihn hergewunken, irgendwie. Verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich. Ach, ich bin eine blöde Kuh. Retten ist scheiße oder retten ist gut? Ich habe daneben gedrückt, weil ich loslassen wollte. Also du weißt, was ich meine. Ich habe losgelassen, dann kam er. Okay, ich rette. Super. Okay. Okay, will nicht geheilt werden. Finde ich gut. Zeig Initiative und kämpfe dich alleine. Aber das ist mein Gen. Vergiss es, ich hätte dich gerade geheilt. Hildegard, ich schrug weg. Du heilst sie. Ich hätte sie gerade auch geheilt. Sie wollte nicht. Wenn er jetzt kommt und sägt mich. Er kommt. Ja, er war gerade oben bei mir beim Helikopter. Er hat daneben getreten. Wie ein großer. Oh Gott, er will sie wieder. Sehr gut, lock sie weg. Sie hat blink. Sehr geil. Also, ein bisschen risky, wie sie spielt. Hing eben schon. Jetzt will sie wieder weglocken. Ich hätte eher so ein bisschen abschmiermäßig was gemacht, aber. Sehr gut. Wo wollen wir landen? Wir wollen raus. Mach mal. Sie ist unten beim abgestürzten Helikopter sozusagen. Sie kommt zurück. Warum kommst du zurück? Ist er da? Er verfolgt sie noch. Aber wo? Da. Ah ja, deswegen. Ich verstehe das Problem. Oh, der hat hier irgend so ein Zeug, das mit den Paletten sich um... Ich segne mal hier am Arscherheide. Hör, was machst denn du hier, Hildegard? Hä, warum ist denn die frei? Weiß ich nicht. Bist du am Gen? Hi. Er ist unten. Bin hinter dir. Ach, unten? Guck mal, da geradeaus ist ein Gen. Ja. Den mach mal. Zu dritt. Wir müssen schnell sein. Wir heilen dir schnell. Vielleicht will sie nicht. Wir müssen durchballern. Oh, jetzt will sie noch. Oh, fuck. Siehst du? Ich glaube, ich würde sagen, wir ballern erst mal durch. Scheiße, ich habe die schlechteste Position hier. Wo ist dann der andere? Ich sehe die gar nicht. Wo häng? Da hinter mir. Sie wäre, du willst retten. Hör doch auf, lass doch mal durchballern. Das hört sie doch nicht. Naja, aber sie macht da ihren Tanz auf der Treppe. In der Zeit geht sie umballern. Ach, da unten. Oh, er kommt. Er kommt. Ich gehe oben lang. Und ich gehe unten lang. Aber er ist hinter dir her. Naja. Ich gehe wieder an den Gen. Nee. Ich weiß, wie bei der hinter dir her ist. So, man reingedrückt. Ah, wieder dieselbe Scheiße. Und der Nächsten zerdrückt. Und ich gehe wieder hoch. Okay, also wie lange will man das noch machen? Du kannst ihm das Ding auf den Kopf hauen. Und der ist nicht mal gestunnt. Der ist nicht gestunnt davon. Zwei Panetti du wasted, ohne Chance überhaupt abzuhauen. Verbiss dich, du Krümel-Brotze. Siehst aus wie... Yes! Sehr gut. Jetzt badert die Gems doch hier. Geh weg, Krähe. Passt dich gar nicht auf den Kopf setzen. Eine hock da oben nur. Ja, das war ich. Ich habe gerade den Gen gemacht. Der ist bei mir. Achso. Andere beiden retten mich. Okay. Dann ist er gut. Ist er weg von dir? Ich habe noch Herzschlag. Okay, die heilen mich. Ist doch mal nett, dafür dass ich nicht geheilt habe. Lauten Herzschlag. Okay. Das heißt, hier drüben durchballern ist ganz gut. Er sägt. Das heißt, er wird rüberkommen. Oh, er kommt drüber. Oben oder unten? Oben. Oh, das ist schlecht. Oh, sie kommt von unten. Oh, war mal hin, Leute. Warte mal, hier ist ja... Hier ist ja nichts mehr. Hier ist kein Gen. Ich bin beim Tiger ungefähr. Hier ist schon wieder sehr lauter Herzschlag. Okay, wir kommen aber alle rüber jetzt zu dir. Irgendwie ist hier auch nichts. Das kann nicht sein, oder? Wir haben alle beschlossen, wir gehen jetzt rüber. Ist so. Und draußen ist da noch was. Nee, den habe ich schon gemacht. Ah, hier ist noch einer. Da ist so eine komische Maria-Figur. Ihr seid irgendwie ganz nah bei mir. Ich höre es sehr laut. Na ja, ich fange mal mit dem Gen an. Doch, hier draußen ist doch noch ein Gen. Oh, hier ist ein Leuchten des Totem. Ach, die macht das. Die macht es kaputt. Ich bin ein Gen. Ich war beim Helikopter damals. Ach, das ist gar keine Maria-Figur. Das ist irgendeine Königsfigur. Hups. Also die Friemel da im Totem. Da, wo es knallt, da ist ein Gen. Ach, da unten. Okay, ja, ich bin auch an einem Generator. Sehr gut. Optimal. Aber natürlich halt erst bei 20%. Was ist denn, wenn ich in Schneemann springe und der mich schlägt? Kriege ich dann den Hit? Nein, dann wirst du noch rausgeschmissen. Aber kann er mich da rausgrappen? Nee. Das heißt, er kann mich nicht treffen? Ja. Ist er irgendwie bei euch in der Nähe oder nicht? Ich habe 60%. Wir sind bei 90. Das ist geil. Wir sind durch. Wow, er ist da. Er ist hinter uns. Hildegard. 80. Oh, leck mich an die Sack. Nimm sie. Hey. Bin gleich durch. Such den Ausgang. Oh, ja, wie ist es ein Ausgang? Oh, ich bin aufgeschoben gegen Adrenalin. Natürlich! Und mit Adrenalin kriege ich nicht nochmal irgendwie so einen... Doch. Ein Boost, aber sonst nicht. Ja, für einen Arsch im Boost. Kein Boost. Ausgepustet hat er mich. Fass mich an! Richtig, oder was? Oh, oh, oh. Scheiße. Vor allem, ich habe einen Perk rausgenommen, dass ich einmal aufstehen kann. Das habe ich eben rausgenommen. Bist du hochgeilt? Ja. Aber er hat mich. Nee, er ist hier auf mir. Ich kriege weg. Ja, jetzt hebt er mich auf, natürlich. Shit. Ihr müsst natürlich alle, wenn man... Ihr könntet natürlich sabotieren, oder so ein Zeug. Er kommt hoch zu euch. Da, wo hier jetzt Dings... Da ist er. Das ist sehr ungünstig. Ich verstehe auch nicht, warum wir von dem Hafen euch da... Die Beute unbedingt. Ja, ist ja auch richtig. Jetzt kannst du mich heilen. Nee, er kommt wieder. Er kämpft. Ja, komm hier, Billy. Ja, dann mach auf da. Er kämpft hier jetzt von mir rum. Mach einfach auf. Mach auf. Einfach auf, Mann. Komplett auf. Ich sterbe ja sowieso. Also von daher, wir haben nichts verloren, wenn du jetzt aufbauenst. Komplett auf. Mach doch auf. Ich bin da nicht. Ach, das ist die andere. Ich bin hier oben, du Furz. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, jetzt nicht aufzumachen. Weil die Zeit, in der ich sterbe, schneller vorbei ist. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Ich komme hier halt nicht hin. Ich komme nicht runter. Ich komme nicht zu dir. Jetzt kannst du mich retten. Die anderen wollen. Scheiße, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen weg. Wir müssen irgendwie außen rum. Komm wieder außen rum. Warum habe ich hier nicht? Hier hinten ist doch der Ausgang. Du gehst nicht hin. Oder wo ist denn der Ausgang? Stimmt, da ist auch ein Ausgang. Aber wo? Wo ist denn der Scheiß hier? Rechts rum irgendwie müssen wir. Geht aber nicht. Rechts rum. Rechts und wieder rechts. Nee, da ist alles zu. Links rum ging. Warte, ich rette. Ach nee, da komme ich aber nicht raus. Meine Güte, ich komme nicht hin. Heilen bringt jetzt eigentlich auch nichts. Aufmachen muss man eigentlich. Ja, wo die liegt, das ist fast offen. Mach das Ding jetzt auf. Ich kann nicht, kann nicht. Alleine rette ich nicht, dann bin ich tot. Meine ich. Ich opfer mich jetzt hier nicht für irgendwen. Jetzt kannst du retten. Nee, bin weg. Aber du bist doch bei gar keinem Ausgang gewesen, oder? Na, ich kam von oben. Ich dachte, ihr kommt von unten. Wir retten die noch. Nee, da war da. Tut mir natürlich leid für die. Aber die hätten einfach vorhin aufmachen müssen, als... Bevor sie dich versucht haben zu retten. Aber... Scheiße, von der anderen Seite. Komm, renn weg. Ja, es war 50-50. Ich dachte, er kommt von der Seite, so dass er sie ansägt. Warum bist du so nett? Und rettest du? Weil ich dachte, dass ich sie rette. Und er sägt in sie rein. Das war mein Plan. Ja. Und dann, äh... Meine Güte, das war ja sehr nett von mir. Ich dachte, er wäre die ganze Zeit unter mir. Deswegen bin ich extra noch einen Bogen um sie gelaufen. Dabei ist mein Plan, dass ich meinen komme. Ich hätte jetzt einfach gehen müssen. Allerdings. Ich habe auch gedacht, du gehst jetzt. Aber ich habe gehört, der Herzschlag ist irgendwie schwächer. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt probier es. Es wirkt alles so klar vor meinen Augen. Der sichere Sieg. Ja, guck, der hat beständig. Es verkürzt die Dauer von Palettenbetäubung um 50%. Alter, guck mal. Welchen Rang die hatten hier? Ich weiß, die waren alle ziemlich gut. Das war der Hammer. Also Prestigetrang zumindest.